Die Götter Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Du wirst zurückkehren, aber du wirst keine Ruhe finden. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Dunkelheit zieht in das Land, das Böse wird triumphieren. Mutige Gefährten, du wirst eine Wahl treffen. Belia hat mich erwählt und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Der König wird den Krieg gegen die Orks verlieren. Was ist hier passiert? Ich habe ein echt mieses Gefühl, letzter Scheiß. Dieses Land wird auf alle Zeit in Orks gehören. Bald wird auch der letzte Mora sein Haupt vor mir neigen. Und ich kann Erde über dieses Land herrschen. Sie sind bloß Würmer, die wir zertreten müssen. Sie sind nicht wie die Krieger von Nordmar, die sich uns immer mit Ehre gestellt haben. Jetzt sind wir die Herren hier. Hm, nichts. Kommt! Glaubst du wirklich? Verdammt! Was ist da draußen eigentlich los? Mein König, immer noch keine Nachricht über das Schiff. Die Orks stehen vor dem inneren Ring. Dann haben wir keine Wahl. Inos führt uns in den Kampf gegen die Dunkelheit. We can't... the einmal auf den Filter 2 Amen. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W.W-W-W.W-W-W-W-W-W-W-W.W.W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W society-C가는 Ich muss pinken. Ich weiß mal nicht alles. Was soll das alles bedeuten? Scheiße. Du siehst kräftig aus. Sardar ist heute angeordnet, dass alle Maurer zu den Grabungen gebracht werden. Und ihr seht wie aus, die Maurers. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Untermerft euch. Lass uns Orks jagen. Auf sie!